Ja... Wie war das heute Nacht? Was? Wie war das? Habt ihr viel geschlafen? Ja, sie haben meine Prostung geslafen. Mhm. Weil dann ich sie auf die Seite hinterher kam, und ich war nur, als sie da erst rausgegangen haben. Mhm. Und dann hab ich lieber einfach Ruhe gehabt. Mhm. Mhm. Hey. Ja, wenn ich bin, du dich nicht bist. Ja, dich bist du ja. Okay? Ich schaue jetzt in den Haus, aber... Hm. Ist schon lange jetzt doch, ne? So, zehn Minuten? Was? Zehn Minuten ist er jetzt schon am Trinken, oder? Zehn Minuten? Ja. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Kannst du später das da anschreiben auf dieser Karte? Nein, ich... Ich muss einfach... Ich schreibe mir das an, weil... Mhm. Die Gäste sollten wirklich sechs Stunden vorne essen. War das schlecht? Ja, war... Dann...